Ich glaube, ihr könnt mir alle zustimmen, wenn ich sage, die letzte Anime Winter Season war einfach heftig. Wir bekamen viele neue Staffeln von bekannten Serien wie Dr. Stone oder auch Attack on Titan, die Final Season. Und wir bekamen auch genauso gute neue Werke, wie zum Beispiel Jujutsu Kaisen oder auch Wonder Egg Priority. Wir bekamen auch einen Anime namens Egg Sam und der war schlecht. Ich habe die erste Folge gesehen und ich würde gerne meine Augen ausstechen. Dann könnte man den Titel Egg Sam zu Egg's Augen umbenennen. Oh mein Gott, sorry Leute, der Witz war schlecht. Es tut mir so leid, ihr könnt gerne meinen Kanal deabonnieren. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Winter Season war krass, aber die jetzige Frühlingsseason ist mindestens genauso großartig. Ich meine, wir haben eine Academia Staffel 5, was will man mehr? Und natürlich gibt es noch viele weitere exzellente Anime, aber heute stelle ich euch meine Top 5 aktuellen Anime vor. Viel Spaß! Es geht um einen Typen, der in die Vergangenheit reisen kann. Und er will ein Mädchen namens Hina retten, die in seiner Zukunft bereits verstorben ist. Das Ganze klingt erstmal wie der Anime Erased, aber keine Sorge, Toko Revengers hat da noch einen eigenen Geschmack. Der Anime ist halt viel mit Gang-Zeugs und Fighting verbunden und er macht unglaublich Bock. Die Charakter-Designs sind einfach fucking cool und passen zum ganzen Stil. Ich liebe diesen Style, ich liebe diese Kämpfe, ich liebe diese Stimmung, aber auch emotional hat der Anime echt was drauf. Und es macht Spaß, die Entwicklung unseres Hauptcharakters zu sehen, während seiner Reise durch die Zeit, während seiner Zeitreise. Gut, okay, am Anfang der Serie kriegt der Hauptcharakter Takemichi ordentlich auf die Fresse, aber man merkt trotzdem, dass die Zeitreisen mit ihm was anstellen. Takemichi ist nämlich ein 26 Jahre alter Mann, der nicht viel in seinem Leben erreicht hat. Er lebt in einer dreckigen Wohnung, hat einen schlechten Job und Takemichi, wie ihr wisst, was diese beiden Sachen zu bedeuten haben. Durch die Zeitreisen erweist sich für ihn aber auch endlich seine Chance, sich zu ändern. Ich bin gespannt, in was für eine Richtung sein Charakter und allgemein der Anime gehen wird. Und ich bin mir sicher, es wird definitiv einer der besten Anime 2021. Der nächste Anime in der Liste ist ein sehr kontroverser Anime, vor allem wegen seiner Art. Es geht nämlich um die Beziehung zwischen zwei Schülern, nämlich Nagatouro und Senpai. Senpai! 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 Ja, der Typ wird gefühlt nur Senpai genannt. Aber es ist keine süße Händchenhaltenbeziehung, sondern ein sehr verrückter Romance-Anime. Senpai ist nämlich ein sehr introvertierter Charakter. Er kommt halt mit anderen Menschen nicht gut klar und ist eher für sich allein. Allerdings ist er aber ein echt guter Zeichner und Miss Nagatouro nimmt ihren armen Senpai komplett auf den Arm. Sie macht ihn halt zu jeder Zeit immer fertig, aber das auf eine sehr unschöne Art und Weise. Sie geht einfach viel zu weit und genau das und die Art, wie sie das anstellt, ist das kontroverse. Das, was sie tut, wirkt einfach komplett erniedrigend. Aber trotzdem ist es ein ziemlich unterhaltsamer und lustiger Anime, der einfach Spaß macht zu schauen. Don't Toy With Me, Miss Nagatouro, der Titel ist einfach viel zu lang, ist zur Zeit auch einer der meistgehyptesten Anime. Ich meine, gefühlt die halbe Welt hat sich in diesen Anime verliebt und ich ebenfalls. Er ist einfach viel zu funny, hat viele komische Momente und oh mein Gott, warum sieht dieser weirde Anime so gut aus? Die Farben, die Animation, es sieht einfach zu gut aus. Und keine Sorge, das, was Nagatouro mit ihrem Senpai anstellt, ist nie so schlimm wie in der ersten Folge. Es ist aber auch interessant zu sehen, auf was für eine Weise die beiden sich näher kommen. Schaut euch den Anime auf jeden Fall an, wenn ihr auf verrückte Romance Comedy steht. Ach übrigens, kleiner Funfact nebenbei. Der Synchronsprecher von Senpai ist derselbe Sprecher wie von Izuku, was ich ziemlich genial finde. Die beiden heulen in ihren Serien einfach ständig rum und lassen gefühlt in jeder Folge mehr Wasser fließen als ich, wenn ich mir wieder Jiraias Tod anschaue. Wisst ihr, Shadows House ist einer der underratedsten Anime dieses Season. Ich habe fast noch niemanden über diesen Anime sprechen hören und das finde ich schade. Ich finde es ist wirklich ein sehr interessanter Anime, bei dem man aber anfangs noch keinen Plan hat, worum es dort genau geht. Und genau das ist ja das Tolle. Man findet immer mehr und immer mehr heraus, was das Haus der Shadows im Anime ist. Es gibt nämlich die Shadows und die Puppen, die als Gesichter bezeichnet werden. Warum sie so heißen, werdet ihr im Anime noch erfahren. Und ich finde die Mischung aus diesem niedlichen und kindlichen Stil, gepaart mit einer gewissen Düsterheit, das finde ich so interessant. Ich liebe diesen Stil einfach, ich liebe diesen Look. Alles wirkt so altmodisch und gleichermaßen königlich. Der Anime fühlt sich halt total heimisch an. Man fühlt sich direkt wohl in der Serie, aber man will unbedingt wissen, was hinter dem Unbekannten steckt. Man will wissen, warum alles so ist, wie es ist und bitte schaut euch diesen Anime an. Es ist ein geheimnisvoller und schöner Anime, der einfach nur spannend ist. Das Opening alleine sagt schon sehr viel aus. Ihr werdet dadurch verstehen, was ich meine. Man hört im Opening keinen Gesang, keine coolen Explosionen, einfach nur eine Melodie im Hintergrund und die Puppen, die sich zu der Musik bewegen. Auch finde ich es genial, dass die erste Opening Sequenz auf einer Bühne stattfindet. Denn Puppen, Theater, Puppentheater und das ganze Opening hat auch einen gewissen Touch von Another, also dem Anime. Außerdem solltet ihr wissen, dass The Promised Neverland sich für diesen Anime geopfert hat. Ja, Shadows House stammt von Cloverworks und Cloverworks, ich bitte euch, macht mit Shadows House nicht das, was ihr mit The Promised Neverland Staffel 2 gemacht habt. Ich bitte euch, Cloverworks, ihr seid gut darin, eine düstere Atmosphäre aufzubauen. Bitte liefert mir eine richtig gute Puppenshow. Bei To Your Eternity kann ich nicht genau sagen, worum es in der Story geht. Es ist irgendwie gefühlt alles mit drin, aber eines kann ich euch versprechen und zwar ist es ein ziemlich guter Anime bis jetzt. Ein Anime, der sogar Potential zum besten Anime 2021 hat. Und es gibt vor allem eine Sache, die das Werk ist. Emotional. Ich will sagen, wenn selbst die erste Folge mich so sehr zum Weinen gebracht hat, dann muss das etwas heißen. Die erste Episode war ohne Scheiß so fucking gut und mit so vielen Emotionen vollgepackt. Ich will nicht viel über die Geschichte verraten, weil ich möchte, dass ihr euch selber das Ganze anschaut. Aber glaubt mir, wenn ich sage, ihr werdet sowas von überwältigt sein, wie gut die Folgen bis jetzt sind. Es ist eine echt gute Serie bis jetzt mit einer sehr interessanten Story und mit Charakteren, die ich einfach liebe. Auch wenn ihr es vielleicht nicht direkt checken werdet, aber ich verstehe den Anime auch noch nicht ganz. Trotzdem wurde ich einfach nur gepackt und gefesselt. Es ist einfach ein spannendes Abenteuer und eine wunderschöne Reise, die man bestreitet, gespickt mit heartbreaking Momenten. Gleichermaßen kann die Serie auch ziemlich brutal und düster werden. Und genau diesen Mix aus Abenteuer und die Grausamkeit dieser Welt finde ich so atemberaubend. Und wirklich ein fettes Aigaku an euch, wenn ihr euch diesen Anime gebt. Leute, beim nächsten und letzten Anime in der Liste müsst ihr mir eine Sache versprechen. Lasst alles stehen, scheißt einfach gerade auf alles. Ihr habt gerade Unterricht, scheiß drauf, bricht es ab. Bricht es ab und schaut bitte den Anime Vivi Floride Eyes Song. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den folgenden Satz sage, aber ihr könnt sogar My Hero Academia Staffel 5 abbrechen. Aber schaut bitte Vivi. Dieser Anime ist einfach so gut und so fucking underrated. Ich kann mir einfach nicht erklären und kann es nicht verstehen, warum fast noch keiner von diesem Anime weiß. Obwohl, eigentlich kann ich es mir schon erklären. Viele denken nämlich, es handelt sich hier ausschließlich um ein Idol-Anime und entspricht somit nicht ihrem Genre. Aber keine Sorge, der Idol-Teil ist im Anime eher eine Nebensache. Denn es ist größtenteils eine mega geile Action- und Science-Fiction-Serie. Und wartet Leute, schaltet bitte nicht ab. Ich weiß, dass Science-Fiction viele vielleicht abschreckt, weil... Science-Fiction, oh Gott, ein Anime, der bestimmt wieder übelst kompliziert wird und bei dem man sein Gehirn anstrengen muss. Aber bitte, gebt dem Anime eine Chance. Er ist so unglaublich gut und so stark. Und das ist kein Wunder, denn... Der Anime stammt von dem Autor von ReZero. Das ist der erste Grund, warum man den Anime schauen sollte. Und zweitens, Witch Studio ist wieder back. Witch Studio produziert Vivi. Und ich kann es nicht fassen, aber... Witch Studio geht wieder mal komplett all out bei diesem Anime. Wieder mal ein übelst gefühlsvoller Anime. Ja, auch wenn es nur KIs sind. Der Anime kann trotzdem ziemlich emotional sein. Und ich liebe die Story. Ja, die Idee ist vielleicht nicht die allerneueste. Eine KI wird halt in der Zeit zurückgeschickt und versucht nun, zusammen mit Vivi, eine grauenvolle Zukunft in der Krieg zwischen Menschen und Robotern herrscht. Diese Zukunft will er gemeinsam mit Vivi verhindern. Aber was aus dieser, ich sag mal, simplen Handlung gemacht wird, ist wirklich interessant. Es ist nicht so, dass dieser Krieg nur ein paar Tage oder Wochen in der Zukunft liegt. Nein, dieser Krieg geschieht in 100 Jahren. Und 100 Jahre hat Vivi Zeit, diesen Krieg nicht entstehen zu lassen. Und wie sie das anstellen will, das ist das Interessante. Wie sich alles verändert, was die Änderungen für Auswirkungen haben und so weiter. Ich liebe es, was sie mit der Zeit anstellen. Aber die Animation, der Look, der Stil... Oh mein Gott, wa... Hä, hä? Meine Nase, ich hasse mich selber. Ich sollte... Oh mein Gott, warum sieht das so gut aus? Es gibt so viele Shots, die einfach so hübsch detailliert und so erstaunlich aussehen. Ich verstehe nicht, warum keiner darüber redet. Es ist so eine geniale Serie bis jetzt und ich will, dass ihr euch diesen Anime anschaut. Es geht von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung raus. Mir hat echt die Sprache gefehlt, als ich die ersten Folgen gesehen habe. Viel zu gute Soundtracks, viel zu gutes Voice Acting, zu viele Emotionen und so viele gute Szenen. Es ist einfach genial, wie der Anime vom einen zum anderen Moment springt und uns immer wieder schockt, aber gleichzeitig auch überrascht. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist immer noch ein Idol-Anime und deswegen sind die Songs auch so verdammt gut und einfach nur schön. Ich bekomme echt jedes Mal Gänsehaut. Vor allem, weil die Songs eben so gut in die einzelnen Szenen verpackt wurden. Ihr alle verpasst gerade einen Meisterwerk. Ihr solltet euch schlecht fühlen, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich ein sehr beeindruckender Anime und ich bin mir sicher, ihr werdet diese Serie lieben. Der Anime hat für mich so viel Potenzial und ich bin schon sehnsüchtig gespannt auf die nächsten Folgen. Für mich ist es nicht einfach ein ganz normaler Anime, auf den ich mich freue. Für mich ist jede Folge eine eigene Geschichte, ein eigener Film, ein eigenes Erlebnis. Puh, Leute, das war's dann eben mit meinem Top 5 Anime dieses Season. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, erstmal eine kleine Ankündigung. Ich plane nämlich wieder ein neues Fragen- und Antworten-Video und deswegen könnt ihr mir wieder Fragen stellen unter diesem Video. Ich hoffe aber, diese Anime-Empfehlungen sind hilfreich für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vergesst nicht, eine Frage in den Kommentaren zu stellen. Ihr könnt auch einfach irgendwas schreiben. Das würde mich immer wieder freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!